Luftmassen-Grenze zieht ab und hinterlässt Chaos. Wie geht's weiter? Sturm durch Jetstream nächste Woche? Hallo und Glück auf zusammen! Tja, das Gröbste ist durch. Die Eisregenlage entspannt sich und rückseitig folgen nun immer noch teils kräftige Schneefälle, die in den kommenden Stunden bis an die Alpen vorankommen. Nach Schließung des Frankfurter Flughafens mussten viele Menschen auf Feldbetten im Terminal übernachten und auch aktuell sind immer noch viele Autobahnen gesperrt, auf denen LKW-Fahrer seit gestern Abend nach wie vor festsitzen. Und an diejenigen, die sich darüber ärgern, weil bei ihnen mal wieder nichts los war und unter Gratismut von der Couch aus einem immer wieder Panikmache unterstellen wollen, macht euch doch gern zu Fuß mit heißem Tee auf den Weg zu den Trackern und ich denke, sie werden es euch danken. Wie geht's denn jetzt nun weiter? Nimmt der Jetstream wiederholt Kurs auf Europa und könnte das eine oder andere Sturmtief dann ausgelöst werden? Schauen wir mal rein und beginnen ganz kurz mit einem Bild, was ich gestern Abend in Dresden gemacht habe. Dort sehr starker Eisregen gewesen. Man sieht das hier wunderbar. Eine richtig dicke Eisschicht da drauf. Und aus dem Egergraben, also aus Tschechien, konnte über das Elbtal quasi die kalte Luft ins Elbtal hereinziehen. Und oben drüber fiel dann eben wirklich dieser sehr kräftige Regen teilweise. In Bezug auf die weitere Geschichte mit den Trackern, wie gesagt A4, ja, auch A7 überall noch gesperrt, weil eben im Prinzip hier starke Schneeklette immer noch herrscht. Es schneit immer noch weiter. Immer noch, wie gesagt, großes Chaos mit einigen Straßensperrungen. Und auch hoch vom Rhein-Main-Gebiet Richtung Ruhrgebiet sind auch einige Autobahnen noch nicht richtig passierbar. Gut, in Bezug auf die aktuellen Schneehöhen, die wir heute früh messen konnten, will ich auch mal ganz kurz darauf eingehen. Denn das sind nämlich auch relativ große Mengen hier teilweise, ja. Wir sehen das jetzt zum Beispiel hier im Westen, ja, in Lennestadt zum Beispiel. 25 Zentimeter auf noch nicht mal 300 Meter Höhe, ja. Selbst auch hier in Nürvenich quasi dort, wo der Luftwaffenstützpunkt ist. Auch 20 Zentimeter Schnee hat es hier gegeben. Also gerade im südlichen Ruhrgebiet und auch Richtung Köln-Bonn konnte es ordentlich schneien. Und das ist für diese Region schon eine ganz schöne Hausnummer, muss man tatsächlich sagen. In Bezug auf die weitere Entwicklung schauen wir mal das aktuelle Satellitenbild an und können hier wunderbar erkennen, wie sich diese Luftmassengrenze mit diesem eingelagerten Tiefdruckgebiet sich eben jetzt nach Süden wegzieht. Und man kann, oder nach Süden weg bewegt, man kann hier wunderbar die Schaueraktivitäten, die kältere Luft, die einfließt, von Norden her erkennen. Wir sehen aber auch wunderbar diesen Luftmassengrenzenstreifen, diesen Schneestreifen von Nordfrankreich über Benelux bis rüber in den Westen und eben mit diesen abziehenden Wolken dann von der Luftmassengrenze einhergehend. Am Alpenraum konnte man gerade noch durchgucken jetzt hier. Alles grün, ja, dort war es im Prinzip zu warm und dementsprechend die größte, ja, der größte Wintereinbauer, oder die größten Schneemengen eben dann auch nördlich an der Linie dieser Luftmassengrenze. Man kann auch mal ganz kurz reinschauen hier. Also ich finde das immer sehr interessant, wenn dann quasi die postfrontale Subsidenz beziehungsweise die Aufheiterungszone dann für klaren Himmel sorgt. Und man sieht ja wunderbar die Schauerstraßen auch im Norden. Also das ist immer sehr interessant, finde ich. Und das sind schon ganz schöne Schneeflächen, die einem jetzt hier so, ja, hingedonnert wurden. Und gerade auch hier die Bereiche, wie gesagt, Nordrhein-Westfalen, auch nördlich, also quasi bis ans Ruhrgebiet, nördlich des Ruhrgebietes, teilweise sogar auch das südliche Münsterland hier schon betroffen. Überall weiß und selbst auch in Köln weiß. Also ich denke, die Leute haben auch das Positive aus dieser Wetterlage genommen, denn sowas passiert eben auch nicht jeden Winter, vor allen Dingen nicht mit solchen Mengen. Ja, die Krux an der ganzen Geschichte sind natürlich die ganzen Behinderungen im Straßenverkehr sowie im Flugverkehr, aber das ist bei einer solchen Grenzwetterlage dann eben so. In Bezug auf das aktuelle Radderbild schauen wir auch nochmal ganz kurz rein. Ja, wir sehen das jetzt hier im Süden, kann man gut erkennen, eben immer noch diese, ja, eher Regenfälle, aber übergangsmäßig eben jetzt hier noch diese stärkeren Schneefälle, die sich jetzt auch, wie gesagt, bis in den Osten noch verlagern, aber dann rückseitig rasche Abklingung der Schneefälle eben dann auch vollzogen wird. So, in Bezug auf die Weiterberechnung kann man auch nochmal ganz kurz eingehen drauf. Das ist das 6er Icon EU-Modell, da kann man auch gut erkennen, wie die Restschneefälle heute Abend dann gegen 18, 19, 20 Uhr an die Alpen gedrückt werden und eben dann noch ein bisschen ausgequetscht werden, wodurch dann eben noch Schneefälle bis zum morgigen Freitagmorgen eben dann an, unmittelbar an dem Alpenraum dann eben noch erfolgen, aber das war es dann im Prinzip auch. Dann kommt Zwischenhocheinfluss Richtung Freitag, ruhiges Wetter, ja, Samstag dann stellt sich eine Tiefdruckaktivität im Norden ein, da kann man erkennen, da kommen starke Schneeschauer auf in Mecklenburg-Vorpommern, gerade Samstag früh, gutes Wochenende, sollte nicht so viel Berufsverkehr sein, aber dort wird es auch nochmal richtig winterlich werden. Ja, also wie gesagt, gerade nordöstliches Mecklenburg-Vorpommern, gegebenenfalls die Schauerschleppe auch noch bis nach Berlin rein, muss man mal schauen, aber danach eben weiterhin Zwischenhocheinfluss mit einem sehr ruhigen Sonntag, wie es bisher aussieht und dann kann man schon erkennen, nach hinten raus, der Druckradient im Norden wird immer schärfer, das schauen wir uns aber gleich nochmal an. In Bezug auf die aktuelle Temperaturverteilung in 1500 Metern Höhe, noch einmal gesagt, die Luftmassengrenze schiebt eben jetzt nach Süden heraus, wir haben hier ein großes Hochdruckgebiet anliegen, ja, und dieses Hochdruckgebiet, das schickt eben aus Nordwesten kältere Luftmassen herein, währenddessen dieses Tiefdruckgebiet hier zu schwach ist, um diese Wärme- und Luftmassen hier dagegen zu stellen, das kann man im Prinzip vergessen, ja. Was dann weiterhin passiert, wird so sein, dass eben das Hochdruckgebiet sich ein bisschen weiter zu uns verlagert und die Höhenwärme hinten rumgeholt wird. Man kann das jetzt hier so erkennen ein bisschen, ja, es wird von hinten her Wärme herumgeholt und dementsprechend steigen auch die Temperaturen in 850-Equerskal beziehungsweise 1500 Metern Höhe an, wodurch dann eben auch, ja, die winterliche Allüre so immer mehr Richtung nächste Woche dann, ja, vorbei sein wird. Und man kann eben schon erkennen, wie jetzt aus Westen immer wieder Tiefdruckgebiete einhergehen, ja, wie kann das hier gut erkennen, ich möchte das auch hier noch ganz kurz einzeichnen, wir sehen hier diesen kleinen Trog, ja, südseitig starke Isobarndrängung, deutet auf Wind hin und generell wird es eine allgemein westliche Lage werden können diesbezüglich. Schauen wir aber auch gleich nochmal in die Windgeschwindigkeiten rein nachher. Ja, wie gesagt, die winterbringende Kaltluft, die auch bis in die Flachland oder in die tiefen Regionen quasi mindestens um die minus 8, minus 9 Grad Celsius diese Jahreszeit sein müssen, damit es auch bis ganz runter schneit, ja, im Normalfall nicht so wie gestern zur Luftmassengrenze, also da reicht auch isothermisch bedingt 1 Grad Celsius, äh, minus 1 Grad Celsius in 1000 Kilometer Höhe aus. Aber ansonsten mit Durchmischung brauchen wir mindestens die minus 9 Grad Celsius, minus 8 Grad Celsius und das ist überhaupt nicht mehr gegeben. Wir sehen das jetzt hier wunderbar, ja, also die 0 Grad Isotherme, die wird jetzt hier bis weit nach Nordosten weggedrückt und das deutet eben darauf hin, dass hier sehr warme Luft beziehungsweise ein Warmluftsektor zu vermuten ist, wodurch dann eben auch warme Luft einhergehen wird mit einigen, ja, auch mal Kurzwellentrögen, wie man jetzt hier wunderbar sieht. Dann wird mal wieder eine kältere Luft angezogen, die aber jetzt nicht winterlich werden wird. In Bezug auf die weitere Berechnung, in Bezug des Windes jetzt nochmal, gehen wir auch nochmal ganz kurz drauf. Also wie gesagt, der Sonntag nochmal relativ ruhig. Da kann man im Prinzip jetzt hier schon im Westen erkennen, wie dieses Tiefdruckgebiet jetzt hier, ja, dieses Tiefdruckgebiet mit diesem, ja, Kurzwellendrug südseitig eben immer wieder Wind beziehungsweise Windkerne dann nach Mitteleuropa zieht und dementsprechend kann man auch erkennen, wie das Ganze dann immer wieder fortaufnehmen wird und auch südlich andere Tiefdruckgebiete werden jetzt hier zum Beispiel auch wieder solche Windfelder berechnet. Dieses Windfeld soll zum Beispiel dann im weiteren Verlauf am Montagabend bereits den Norden erreichen. Da muss man dann ein bisschen gucken, was da raus noch berechnet wird. Aber hier sind teilweise auch Windgeschwindigkeiten von über 110 bis an, ja, öffnen Stellen beziehungsweise Küstenstellen eben dann auch bis 120 Kilometer pro Stunde nicht ganz ausgeschlossen. Da muss man eben noch ein bisschen schauen, wie sich die weitere Wetterlage entwickelt. Und das liegt eben da dran. Hier kann man auch erkennen, Richtung Donnerst, Dienstag wird ja auch wieder ein weiterer Kern berechnet. Also wie gesagt, das könnte im Prinzip auch damit zusammenhängen, weil eben der Jetstream in 300 Hektubaskal beziehungsweise in 9 bis 10 Kilometern Höhe auch wieder kurz auf uns nimmt. Und das liegt eben daran, dass wir hier eine relativ, ich will das jetzt mal so einzeichnen, relativ große Tiefdruckzone haben. Im Süden eine relativ kräftige Hochdruckzone. Das ist so eine Wetterlage, die wir vor ein paar Wochen schon mal hatten, ja. Und zwischendrin passiert es dann eben, dass der Jetstream dann richtig fortaufnehmen kann und eben dann nach Mitteleuropa ziehen wird. Und an diesen gewissen Punkten, ja, ich hatte es bereits schon mal in den anderen Videos erwähnt, bezüglich des Jetstreams kann es eben sein, dass gewisse Tiefdruckgebiete auf den Jetstream aufspringen und dann eben quasi sich weiter verstärken, wodurch dann eben, ja, auch das eine oder andere Sturmtief dann, ja, generiert werden könnte. Müssen wir mal ein bisschen schauen, was dann quasi, ja, ich würde mal sagen, Richtung Sonntag da so prognostiziert wird, weil dann kann man schon relativ sicher sagen, was da eben kommen könnte. Könnte, wir bleiben im Konjunktiv. Ja, die weitere Entwicklung, noch mal ganz kurz, kann man auch erkennen, dass es erst mal eine Westlage kommen wird. Das GFS-Modell hat es ja auch wunderbar drin, mit einem relativ ausgewachsenen Zentraltief, kann man ganz gut schon sagen jetzt hier, über dem, ja, nördlichen Dänemark schon zu erkennen und auch einem großen Bereich, wo eben hier auch sozusagen Druckradient herrscht. Also dort ist auch mit viel Wind zu rechnen und es liegt eben daran, dass dieses Tiefdruckgebiet hier oben und dieses Hochdruckgebiet über der Eiberäischen Halbinsel dann eben so einen richtigen Kanal bilden, wo dann aus Westen volles Rohr eben dann, ja, leider auch die milde Luft dann mit ordentlichen, ordentlicher Durchmischung und Druckradient eben einhergehen wird. Inwieweit die Details bezüglich Sturm aussehen, lässt sich noch nicht ganz sagen. Was dann aber auch wieder berechnet wird, immer wieder, ja, immer wieder Tiefdruckgebiete mit eher westlich zu nahler Ausrichtung. In Bezug auf die Niederschläge möchte man auch noch mal ganz kurz darauf eingehen. Also das sind die akkumulierten Niederschlagsummen bis nächstes Wochenende, also nicht bis zum kommenden Wochenende, sondern dem Wochenende darauf, also bis zum 28.01. Da kann man erkennen, ja, es lässt sich eine Westlage vermuten, dadurch, dass eben sehr viel Feuchtigkeit auf dem Atlantik mitgebracht wird und teilweise werden hier auch, ja, relativ humane Mengen über die Zeit berechnet, aber eben trotzdem relativ nass, teilweise so um die 40 bis 50 Liter auf den Quadratmeter, aber ansonsten eine relativ trockenere Zone im Norden, muss man mal abwarten. Das liegt eben auch an den Zugrichtungen oder Zugbahnen dieser Tiefdruckgebiete, die ich bereits eben erwähnte. In Bezug auf die Sicherheit nehmen wir jetzt noch mal das Ensemble des GFS-Modells, auch mit den 1500 Meter Höhe Temperaturen beziehungsweise 850 Ekspa-Temperaturen. Hier werden alle 30 verschiedenen Member, die man sonst in diesen Grafiken als bunte Spaghetti oder Graphen eben sieht, ja, in den Ensembles, werden übereinandergelegt. Und da kann man eben erkennen, ja, die Westdrift mit relativ straffem Druckgradient ist zu Beginn der neuen Woche relativ wahrscheinlich und auch immer wieder Warmluftsektoren werden dann von Kaltluftsektoren wieder eingeholt. Also das birgt eben oder lässt die Vermutung nahe, dass das ein Tief nach dem anderen durchziehen wird und wir eben auf der Südseite dieser Tiefdruckgebiete liegen, wodurch es dann eben auch zu Wind beziehungsweise Sturm kommen könnte bei etwaigen Entwicklungen. Nehmen wir mal dazu noch das ECMWF-Modell mit dem Ensemble und die sehen eben dann auch kommende Woche volles Ruhr-West, ja, ordentlicher Druckgradient. Das war es erst mal mit dem Winter. Das könnt ihr euch erst mal hinter die Ohren schreiben. Das wird bis weit hoch Tauwetter geben. In Bezug auf das Ensemble abschließend noch mal kann man gut erkennen, es ist egal, welchen Ort man nimmt, dafür ist die Fläche einfach zu groß. Ja, wir sehen jetzt noch mal, die Temperaturen werden jetzt am Wochenende noch mal bis auf minus 10 Grad, 1500 Meter Höhe runtergehen, jetzt zum Beispiel für Freiberg. Danach geht es hoch, Warmluftsektor, quasi Druckvorderseite, danach kommt die Kaltfront, da geht es wieder ein bisschen runter, danach kommt wieder ein Tiefdruckgebiet, wieder Druckvorderseite, Warmluftsektor, dann geht es wieder runter, dann geht es wieder hoch und so geht das immer weiter und es sind auch Niederschläge, wie gesagt, vorhanden und dementsprechend sollte es das dazu auch erst mal gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, ich wünsche euch ein schönes Wochenende erst einmal oder guten Start ins Wochenende und wir hören uns später wieder, wenn ihr möchtet. Glück auf, bis später und ciao.